Musik Hallo zu einem neuen Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Baby-Ratgeber-Koch-Topf. Warte mal kurz, sollen wir dann aus dem Nichts kommen? Die Zubereitung dauert ca. 5 Minuten, man braucht eine halbe Stunde. Und haben heute etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir kochen einen Nudelschimpeneintopf. Das Besondere am Disney ist, vielleicht geben wir mal rein. Das war mal ein... Ja, ich hab nichts gesagt. Das war super. Ein Nudelschimpel. Das war krass. Das war krass. Das war krass. Das war krass. Uns wurde geraten, Milch, pure Milch erst ab dem ersten, äh, zweiten Lebensjahr. Das erste Lebensjahr ist ab Null bis aus. Eben. Ich bin am Warten, 20 Minuten ca. später und ich schaue jetzt mal auf den Felix. Hey Felix, hallo! So, der Preis ist fertig. Das heißt, ich muss mal fassen. Das ist halt super. Ich bin am Warten, 20 Minuten später bin ich nicht am Warten. Der Zucchini-Preis ist auch ein klassischer Starter-Preis. Also das heißt, vier, fünf bis sechs Monaten beginnt man mit diesem. Äh, von der, äh, von der was? Hä? Okay. Ja, okay. Okay. Wobei sonst war es ganz gut, oder? Ja, sonst. Ja. Ja.